Ich komme noch etwas dazu. Ich habe festgestellt, dass die Menschen sehr empfindlich reagieren. Sie sind sehr empfindsam und es gibt einen Aufschrei schon dann, wenn die Gefühle irgendwie verletzt werden könnten. Die eigenen oder die Gefühle von anderen. Das ist natürlich auch keine Lösung, dass wir aufhören miteinander zu reden, nur aus der Angst davor, dass wir die Gefühle des anderen verletzen.